Grüß dich, ich bin zu Leugenbauer und heute gibt es wieder ein Video-Teigenbuch, über den ich heute auch so beziehungsweise mit einem Betreuer war, dann habe ich auch sich schon beim Fenster und dann hat man sich zum Wohl gegangen und jetzt haben wir gesagt, bleib nicht wehre ich, weil du schon vorher gehst ja schon, brauche ich nicht mehr, und dann habe ich auch Lübelduschen, bei eben diesem Nuduschmann, ich trage keine Lübelduschen mehr an und wie geht es mir? Ja, geht mir ganz, ganz ok. Mir fällt heute, das Wetter zu brauchen und dies beziehe ich morgen und wir sind wohl gut und wir sind wohl gut. Vielen Dank für's mal. Ein Gebirge.